Musik Wir haben unsere Ziele, wir haben unsere Visionen und die Zukunft ist jetzt. 16 Jahre Trainingserfahrung heißt 16 Jahre Schweiß und Tränen. Wir haben an unsere Träume geglaubt, bis die Träume an uns geglaubt haben. 16 Jahre Trainingserfahrung. Es ist die mentale Stärke, die konstante Ausdauer, innere Kraft. Und der absolute Fokus, der uns in den 16 Jahren Trainingserfahrung einst gelehrt hat. Es gibt kein Ankommen, denn Stillstand ist Rückgang. Musik 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 Musik